Musik 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 10 Minuten Ding 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 10 Minuten Alles klar Scheiße ich brauch noch mindestens 3 Level bei 3 vorgewonnen Verdammte Attacke Der Obertrag wird von Leiter Camillo eingesetzt Das zweite Mal Ok ich kann ein Foggen und jetzt nicht mehr trainieren weil es gerade besiegt wurde Und das zweite Karate Schlag Was ist das nicht für eine tolle Attacke oder? Der Tachaschreck zurück sehr schön Gorsche erreicht Level 15 So jetzt ist die Aufstehung Ich glaube nicht dass ich das Spiel Ich glaube nicht dass ich das Spiel gewinne Ich auch nicht Immer noch Mein stärkstes Pokémon ist Level 15 Mein Stärkstes Pokémon ist Level 15 Mein Stärkstes Pokémon ist Level 15 Mein Stärkstes Level 20 Mein Stärkstes Level 13 Ah Spahn spielst du auch die Ein-Pokémon-Taktik? Nein ich habe auch noch ein zweites Pokémon für Level 12 Oh ok Und das dritte ist Level 10 Ein-Pokémon-Taktik Aber man ist und leid auf jeden Zehn und neun und neun Verrateschlacht Verrateschlacht noch jede meiner Puko mit einem Schlag aus Ha-Haha Bade Wo hat der Obo hier? Und der Obo sitzt jetzt nicht Walzerdreich Oh ja! Hey ich hoffe ich muss nicht gegen Dieudy als erstes oder... Und 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 Ah, komm schon! Und, 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 dann schreit's Telefon aus! Articone Level 9! Articone Level 10! Mein Riech kann leider nur Herbner. Marco fällt dir noch nach. Ja, Marco fällt dir noch nach. Das hört sich sehr gut an. Ja... Hey, Articone entwickelt sich. Nice. Hm, sowas wohl. Ich hab keine Ahnung. Poodalks? Poodalks? Es hat auch nie Härtner gelernt. Ja, was ich das schon konnte? Beim Panicone konnte kein Härtner. Wie? Es ist direkt auf der Wille 8 gestiegen, bevor's entwickelt hat. Oh, du bist Drumoland. Okay, ich glaub den Arena-Land schaff ich nicht mehr, sonst scheiße. Helga hält den Knöchelorden von Camillo. auch da werden nach acht Minuten heute Prozent Stahlflügel der als Karpaport oder ich bin ich kann auch nicht mehr als der anwenden ein Karate Schlag der Welt Parade Schlag ist eine scheiße Tacke oder? Karate Schlag ist sauber powered es ist OP 2 OP reported ich hoffe ich muss die Marken spielen dann ist er gleich raus das Bild nachdem der Mund mehr auf den Länger auf Nö das war ja die bescheuert er hat nun Gegner in Rubin schon AP oder können die unendlich einsetzen? ne die haben AP ja ja die haben auch Interesse Teil schon AP ich bin immer noch zum Besuch da ist das schön? gibst du mir einen noch so den Orden? ein Volltreffer, ein Volltreffer, was für eine Scheiße! jawohl, schweil mir einfach das geht technisch nicht wenn das ein Volltreffer ist sag mal äh ist Papinella wenn es shiny ist leicht grünlich und hat lila Augen oder ist das normal? das ist leicht grünlich und hat lila Augen schade also wenn shiny ist wenn shiny ist? das siehst du das siehst du wenn du elf es ist ja zu kurz sein Christian das siehst du wenn du ins Pokémon spiel gehst und dann müsste er ein Stern sein und shiny ist war das nicht noch irgendwie so total sinnlos dass Pflanze gegen äh ich hab meinen zweiten Orden ich hab meinen zweiten Orden ich guck dann gleich mal nebenbei ähm Teambildern an danach das geht ja schnell ja du kannst unser Profil nach oben Ding Ding noch fünf Minuten und fünfzig Sekunden weiß ich weiß ich ich hab dich klein ich hab auch jetzt aufgeregt zu laufen ich hab dich fast noch den EP-Teiler vorher zu bekommen irgendwie ja viel Fall aber ja ich würde ihn ja jetzt bekommen da ich den Brief abgegeben habe da kriegst du ihn schon? ja ja ich hab da hab ich nur Stahlflügel gekriegt ja dann müsstest du jetzt zurück zu äh Scope äh zu Devon da zu dieser und dann gibt er dir das glaub ich als Blüge nein so ein Teil ich hab den Arena da gar nicht ich bin zu schwach haha ich weiß noch gar nicht ob ich ja ich bin mir auch selber wahrscheinlich zu schwach aber aber also da das Nonshine hier gerade blaue Augen hat und das Scheißen da ja ich bin ich bin ich bin ich bin ja jetzt ist es paralysiert jetzt kann ich mich angreifen man war eben als ich die ganze Zeit versucht hab wollt ich mich eigentlich verarschen? hoi nee ich hab das vierte Mal hintereinander paralysiert weil ein Pokémon das nur verarschen kann jetzt ist es trotzdem ein die Brute Eimer schon brennt Macholo 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 setzt Energiefokus ein Macholo Macholo ist tot Macholo Macholo ist tot 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 ja jetzt hab ich noch drei ja jetzt hab ich nur noch meinen befindenden Groschenviech ich glaub mich das scheinlich ist schade eigentlich ok im Profil von Pokémon ok start ich hab noch vier Minuten du kannst im Kampf auflaufen ja vier Minuten und zwölf Sekunden ja ja ich hab auch die Würde ich hab auch gesagt ist okay wie gesagt den Hobo schaffe ich noch den ich hab ich gehabt hier auch noch den Hobo schaffe ich noch zu verlieren ja wenn man auch wieder ein kleiner Pisserding nicht beziehen muss wenn du dich nicht kennen im Standort Sprudie kaufen äh 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 die Regel ist wenn ihr im Kampf seid spielt ihn zu Ende und öffnet danach das Pokémon-Menü äh speichert davor und öffnet danach das Pokémon-Menü wenn ihr bereits draußen seid aus dem Kampf dann öffnet ihr nur noch das speichert ihn nur noch und öffnet das Pokémon-Menü und könnt schon mal diese Teambilder übertragen und sehen Macholo ist tot und wenn ich vom Crew wieder da bin beende ich kurz dann die Aufnahme für hier erstmal damit wir dann kurz Pause machen können und übertragen und alles Golub 0 sz war ok ich brauche noch zwei Treffer und ich bin der ob nur nirgit ein grexico oder eigentlich wie bitte bis zu fünf mal ja also gut es hat mich fünf mal getroffen jetzt macht das so der gegner selbst als alter weil ich habe es auf 1 hp ja jetzt war es und abwärts und beendet im gegensatz zum funk das habe ich glaube ich versagt das machen wir mal Marco Eater mal schauen was das so drauf hat Marco Marco Eater ah Peco ja Peco wen interessiert Peco lass mich da rein verpackt der Hobo setzt immer Super Truck alt das kostet mich an und Trainerkämpfer Trainerkämpfe er hat die Uhr doch zwei Minuten und zwei Minuten und aber in der Welt dann bei der Pokémon Pension ein bisschen kommen auf der Bänden dann kommen meine Pokémon zu übertragen ich habe das Leiden ein Niemann wäre die Aufnahmehälfte sonst muss er wieder mit den Zeiten schneiden und das Richtige auf er hat jetzt natürlich auch ein Kapitel es wird nicht aufregt jeder mit Gott das verdammte Spiel. Ich hab ne Idee. Mit Armstoß, ein Treffer gegen ein Stahl-Pokémon und das ist tot. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das macht so keinen Sinn. Ein Treffer gegen ein Stahl-Pokémon und das ist tot. Ich hab dir eine Sieben-Behre gegeben und kein... Wie heißt das so Item, wo man noch ein Kapiel brichelt? Äh, äh, Dings-Banden. Fokus-Spot. Fokus-Spot. Und auch wenn man kann die alle ein Kapiel, obwohl sie eigentlich schon längst und sterben müssen. Okay. Wie viele Dinge mehr werden? Eine Minute nach. Eine Minute nach. Eine Minute nach. Eine Minute und 50 Sekunden oder so. Die Sekunden hat als Mia Wusch, es geht darum, dass es gleich rum ist. Ein Zeichen geben. Wie lange jetzt wirklich noch? Ja, 50 Sekunden. Waaaah! Du kannst bei den Viechern Verwirrung einsetzen. Es bringt nichts. Sie treffen trotzdem. Spalbini, wach auf! Einen Kampf will ich noch starten! Juhu, ich hab's geschafft, jetzt noch gegen den Team-Agma-Typen zu kämpfen! So! Okay, dann wieder neu, oder? Ja, natürlich! Triffchen! Ah, Scheiße! Ich dachte, das könnte mal raus! Ich hab mir dann mal jedem hier seine Seinebeere gegeben! Nein! Super krank! Was für ein Arsch! Ich glaub's nicht! Ich hab' mir zwei Mal gesagt, dann guck Gito auch auf ein HP und dann ein Superschlag! wir wollen auch noch mal was machen. Ja, ich hab' dir ganz gut aufgewachsen! Ja, das ist mir so aufgewachsen. Buß da rein! Ich hab' mir ersetzt, schon mal kein Problem! Und ich hab' mir gewohnt! Das ist mir so ein Problem! und das ist mit den Aufnahmen? Ja, die laufen erstmal weiter Ja toll, also bis alle Kampf fertig haben, ja? Ja, genau Gut Dann kann ich ja noch rumlaufen Hier sieht man jetzt schon Nein, ich rumlaufen So, ich laufe nur Nein, 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 nein Sagen du mir gegen nichts kämen Ja, so dass ich gegen nichts kämpfe oder das Kampf oder ähnliches Aber ich? Ruhmlauber hat man richtig zuleidigung, die wir eh nicht übertragen können Aber das ist doch egal, aber ich bin weint dann Wie kann man übertragen sein? Man kann es nur nicht ablesen Ja, das ist der Punkt Ja, bei EKP gefühlt noch Aber ich find jetzt trotzdem noch Ja, ich hab den Peckum gerettet, alter Mann Wen kümmern? Mein Kampf ist der Ende, ich weiß ja Ja, ich hab schon gespalten Ich hab ich auch mit aus männlichen und weiblichen Pokerbon wir sind nicht Ok mein Kampf ist auch zu Ende, ich speichere Lass uns gucken mal im Menü und ich starte währenddessen schon mal und fang schon mal an Ist alles fertig? Ja Ich starte schon Wir können die Aufnahmen jetzt positionieren? Nein, nein, Christian Ja, ha! So, ich mach die Tiefel jetzt bei Offscreen so mehr oder weniger Alle Aufnahmen können jetzt zu Ende und gefeiert werden Das war Let's Play Now und danke Bis zu sehen Das gleiche ist? Außer Christian Außer Christian Weiß ich Weiß ich Jetzt vielleicht genau, wir sehen uns dann gleich wieder im zweiten Teil dieses Mixes aus und die viel entspannung und... An error occurred in the recorder, resource allocation failed Wie du das dann gestellt Ah 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 Entschuldige Ja, das ist jetzt was Ja, das ist jetzt was